Die Kokosnuss ist fast täglich mein Ding. Zuerst steckt man zwei Strohhalme rein und trinkt den Kokosnusssaft. Dann bringt man die leergetrunkene Kokosnuss zurück, da wo man sie gekauft hat an dem Stand, und dann wird sie zubereitet. Das heißt, das Kokosnussfleisch wird rausgeschält. Und das schmeckt natürlich auch noch super. Aber es ist noch vollgesaugt mit dem Wasser und schmeckt natürlich so frisch, wie man es in Europa nie und nimmer bekommen kann.